hallo und herzlich willkommen zurück zu disney dream light valley ja genau hier haben wir aufgehört und es regnet leider immer noch wir müssen wir jana die kokosnüsse bringen wo ist denn war jana überhaupt weil mit ihrer quest wollten wir eigentlich weitermachen hier unten ich reiß mal eben rüber hi bleib stehen bleib stehen nein ich will mit dir reden ja möchte ich weitergehen so hallo ich habe alles was ich brauche danke mit diesen kokosnüssen kann ich pua herauslocken noch eine anführer scherbe ich weiß ich bin die größte anführerin der welt haha möchtest du die weitergeben nein möchte ich nicht aber ich werde ja immer dazu zu großartig dann haben viel zu tun danke game playerin ich werde diese scherbe zusammen mit den anderen aufbewahren und ich werde mir überlegen wie ich pua aus seinem versteck locken kann sobald ich eine idee habe werde ich dir bescheid geben damit wir pua gemeinsam finden können nein jetzt sagt mir nicht also ich dachte schon hallo game playerin ich habe meinen plan in die tat umgesetzt nachdem du mir die kokosnüsse gegeben hast willst du mitkommen um zu sehen ob hoher sie sich geholt hat klar was wenn ein anderes tier wie kommt ein schwein auf den geschmack von kokosnüssen nein ich frage lieber nicht drück die daumen lass uns gehen ich weiß nicht was daumen drücken bedeutet aber es klingt gut folge mir ist bald aber es klingt gut folge mir bis bald also wie die das teilweise ein bisschen verknüpft haben finde ich etwas seltsam aber naja so ja wohin das muss mich schon zeigen ich weiß ja nicht wo du hin willst ist das schwein im meer oder was bedeutet das da sind fußspuren aber bevor wir jetzt da wegen der fußspur gucke ich noch mal ganz schnell wegen den fischen ich will ja nicht das limitier nein nein ich habe vergessen die sachen zu lernen nachdem ich die auch nein ach das buch ja ich habe eine andere idee da das hier so ein questzeichen ist das buch hat doch ganz sicher mit merlin zu tun ich muss mal eben gucken steht da irgendwas mit neuen aufgaben dafür muss ich nur donald duck haben okay ja es tut mir leid war jana aber ich muss dann doch noch mal kurz nach hause ich komme aber ganz schnell wieder ich bin wieder super gut vorbereitet für die nächste folge ich habe einfach auf aufnahme gedrückt und das beste gehofft und jetzt stehe ich da und habe noch nicht mehr platz meine sachen hier weg zu tun auch nie ich brauche echt mehr platz im haus aber dafür brauche ich wieder geld das ist das problem moment ich werde jetzt erst mal eben die edelsteine weg tun warum ist sie jetzt hier erschreckt mich doch nicht so moment doch gereinigte nachtscherbe doch die kann ich behalten das kann ich auch keine scherben mehr die sind und doch einer ist hier drin sehr schön ich muss jetzt hier immer doppelt und dreifach gucken wenn die kokosnüsse sind nicht drin das ist drin das ist drin die bananen sind drin sind aber auch schon voll das ist nicht drin okay ist aber schön dass sie wenigstens in meiner nähe bleibt die sind drin haben jetzt auch noch mal die bananen da rein und das den fischern wir hier doch drin dann nochmal bananen äpfel habe ich hier nicht drin äpfel hatte ich in einem anderen glaube ich drin oder oder hatte ich jetzt gar keine doch hier ich wollte gerade sagen hier ne die schon voll ist das blöd wenn man das dann immer so ist man dann doch in der letzten drin ja genau dann können wir das auch weg machen okay hatte ich jetzt schon versucht die blumen weg zu tun ich bin nein das kann ich nicht weiß ich bin mir jetzt nicht sicher hatte ich nur nicht versucht die kekse wollte ich oder cracker wollte ich nicht weg tun so war ja na es ist toll dass du mir jetzt gerade so folgst aber lass mich doch mal kurz die sachen irgendwie loswerden moment das könnte ich nach innen tun das heißt da hätte ich noch ein bisschen platz für die neuen sachen steine können auch rein die müssten eigentlich nach innen dann könnte ich das gold auch hier draußen machen wobei ich jetzt irritiert bin die muscheln hatte ich doch schon woanders das könnte ich auch hier rein tun moment die kieselsteine hatte ich aber gerade doch nebenan nochmal oder genau die tue ich mal daran damit das hier nicht alles so durcheinander ist so zimt wäre eigentlich was zu essen aber ich glaube ich habe ja das voll jetzt noch wieso habe ich die musch ach so die muschel habe ich hier drin jetzt ach so zimt habe ich aber auch das kann ich daran tun die bananen kann ich noch da rein tun die äpfel waren hier ganz rechts ich bin gleich fertig das ist wie dieses lager ist voll ich habe doch 36 seid ihr doof ich wollte gerade sagen also zumindest das konnte er jetzt noch machen so das setzen wir mal zur seite aber die können wir ja ist ja gut du solltest doch nur voll machen ich meine aber ich hätte kohle noch mal woanders reingetan aber anscheinend nicht hier auch nicht na gut okay auf jeden fall haben jetzt wieder ein bisschen platz so ich würde aber gerne dahin gehen wo ich ein bisschen mehr platz habe komm komm nein ich will nicht genau deswegen will ich hier nicht stehen ach komm lass mich doch alle in ruhe lass mich doch mal mit ihr reden sieh mal jemand hat versucht die kokosnüsse zu öffnen aber es hat er hat es nicht geschafft ich wette das war pop pua das sind tolle neuigkeiten wohin ist pua gegangen nicht zum strand so viel ist sicher könntest du pua folgen und ich bleibe hier falls mein freund zurückkommt um ein schwein zu finden müssen wir ein wie ein schwein denken grund das ist schlau gameplayerin schweine sind gute fetten leser nachdem er versucht hat all diese kokosnüsse zu öffnen wird pua durst haben versuche einen ort zu finden an dem sich pua sicher fühlt und der viel frisches wasser hat ich glaube pua ging auf die suche nach frischen frischen wasser ich hätte jetzt gesagt an den strand aber auf die wiese ja eine gute idee bitte sie dort nach jetzt muss ja mal ganz blöd gucken die wiese ist jetzt unter mir ich kann es nicht mehr lesen aber ich denke mal die wiese ist unter mir wobei könnte ich mich eigentlich auch direkt importen soll so wahrscheinlich ist das eh falsch wahrscheinlich ist das schwein einfach in den wald gelaufen aber ich fand jetzt die wiese irgendwie schöner weil im wald kann man nicht so gut die sachen finden wird die man sucht deswegen habe ich jetzt mal die wiese genommen aber es sieht nicht so aus hier ist auch kein wasser ja doch okay wo er frisches wasser findet ist er vielleicht eingegraben muss ich ihn ausgraben oder so moment hier waren gerade fußspuren achso wenn pua wasser gefunden hat würde er als nächstes sich faul in die sonne legen nach einer waffe zur verteidigung suchen ja genau ja ich denke mal nach was zu essen suchen oder ja und ich weiß wo remis restaurant im dorf pua muss dort hingegangen sein lasst uns nachsehen ernsthaft ich dachte jetzt eher so an äpfel oder so aber gut warum nicht direkt ins restaurant ich meine scheint ja ein sehr belesenes schwein so ein sehr moment essensreste achso muss gar nicht rein pua hat das essen kaum angerührt mein freund muss weggelaufen sein bevor wir hier ankamen es gibt nur einen ort an dem pua hätte gehen können und das ist das schloss sage ich mal das glaube ich nicht die brücke ist ziemlich hoch pua würde davor angst haben schade ich dachte die macht jetzt immer genau das was ich sage dann ist es der wald das macht am meisten sinn sollte sich pua vor etwas erschrecken würde das lange gras und der schatten der bäume ihm sicherheit geben lasst uns nachsehen okay aber dann porten wir dahin okay das war zu hoch so wie finden wir jetzt hier ein schwein im wald keine ahnung die immer direkt mit warum leuchtet das mit so einer anderen farbe das ist aber nur wieder so ein stein okay na gut hier ist so viel kram der im weg steht moment halt stopp oh nein pua ist gefangen ich sehe nun ach hier so hallo kleines schweinchen ich will dich gar nicht befreien weil du siehst so süß aus aber wenn du stehen bleibst ist das nur schwein hin hebe die anführerscherbe auf habe ich doch gerade hallo habe ich doch ach so da hinten ist die meereswechse ich wollte gerade sagen hat sie nicht ganz registriert hier hey danke gameplayerin du hast meinen freund gerettet pua hier bei mir zu haben bringt so viele erinnerungen zurück ich habe so ein gefühl dass wir mit diesen anführerscherben etwas tun müssen ich weiß nur noch nicht was wir sollten auf jeden fall später reden okay nein jetzt sagt mir nicht ich kann das nicht machen weil du noch nicht die 100 prozent hast ey dann setze ich mich hier gleich offline hin und und mach mit dir die die dinger die nee das war das falsche level 10 nein lass uns abhängen vajana bitte der regen ist nicht so schlimm das finde ich gar nicht lass uns abhängen bitte also ich würde gerne noch so 20 minuten aufnehmen wenn ich jetzt natürlich ernte habe ich das große problem dass es etwas über eine halbe stunde dauert ich würde sagen dass ich hier erstmal einen kleinen cut mache mit ihr noch ein bisschen ernte in der hoffnung dass es relativ schnell geht bis sie dann auf level 10 ist und ich mache da nur so viel bis sie wirklich auf level 10 ist und schalt euch danach dann gleich wieder hinzu damit wir wenigstens mit der quest noch in dieser folge weiter machen können bis gleich so und da sind wir wieder wie ihr sehen könnt so viel war es diesmal gar nicht was ich jetzt weg ernten musste allerdings muss ich war ja noch mal ein bisschen hier weg ziehen weil sonst fängt das gleich wieder an von wegen mit dem gemüse und so weiter wir können weiter machen mit der quest sehr schön gemplehrerin ich habe an dich gedacht erinnerst du dich noch an die ganzen anführer scherben die wir gesammelt haben jetzt weiß ich endlich wieder wofür sie sind willst du es wissen ja klar auf meiner insel mut 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 tunui haben wir eine tradition auf dem höchsten berg befindet sich ein steinhaufen jeder neue häuptling liegt seinen eigenen stein auf den haufen wenn man das tut wächst die ganze insel in die höhe jetzt erkenne ich dass die anführer scherben wie diese steine sind jeder einzelne ist ein zeichen von führungsstärke und zusammen machen sie dich zu einem anführer wir müssen also die anführer scherben stapeln ja aber es benötigt mehr als das wir müssen die anführer scherben an einen ehrenplatz stapeln wir haben keinen auf der insel also sollten wir einen bauen da wäre noch eine sache was ich denke du solltest ebenfalls als anführerin geehrt werden denn du bist eine tolle anführerin danke es bedeutet mir sehr viel das von dir zu hören aber wenn du willst dass ich ein teil davon bin musst du auf die insel zurückkehren auf der wir uns kennengelernt haben meine scherbe sollte eine muschelschale sein wenn du eine findest verwende sie wenn du den ehrenplatz baust auf diese weise werde ich immer bei dir sein wir werden uns gegenseitig unterstützen wenn du alles hast such dir einen ort für den ehrenplatz in der nähe deines hauses und komm zu mir oh und hier nimm dir einen führer scherben du wirst sie brauchen um die feier zu vollenden jetzt finde ich es noch geiler dass wir das jetzt noch eben machen nein keine eisenpackung ich hasse ich will keine eisenbarren sammeln müssen ich habe schon wieder total vergessen wo die sind ich glaube die waren hier ich hoffe es zumindest jetzt habe ich natürlich auch keine ausdauer das war so klar leute ernsthaft ich meine gut das mit der ausdauer mit dem eisen finde ich aber echt nicht nett vor allen dingen brauchen wir zehn eisenbarren ich meine ganz ehrlich wisst ihr wie viel eisenerz wir dann dafür brauchen das ist ja abartig wie war das jetzt sechs eisenerz pro barren ach das von ariel okay den hätte ich jetzt nicht unbedingt erkannt das ist echt nicht euer ernst ja da gucken wir jetzt noch mal nach ich denke mal aber leider 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 dass wir nicht genug zusammen sammeln werden weil die halt doch eine ganze weile brauchen bis die halt wieder spawnen achso ich wollte gerade sagen konnte ich das nicht nehmen ähm ja und halt nur was habe ich jetzt gesagt hier und an einem anderen ort glaube ich noch zu finden waren da müsste ich jetzt gleich noch mal gucken aber das ist das erste mal dass ich mir nicht wünsche dass da irgendein stein rauskommt sondern nur das eisenbarren rauskommt ach man das ist doch einfach blöd echt zehn stück wir schaffen es noch nicht mal zwei eisenbarren damit zu machen im moment hier ist noch einer das sind übrigens das habe ich mal irgendwo gelesen spawn punkte die immer gleich sind auf der einen seite ich meine das haben wir ja schon festgestellt und auf der anderen seite wo immer wieder random wohl sachen drin spawnen also schon die sachen die zum gebiet gehören aber halt random was da jetzt drin ist da sind jetzt nicht immer ich sag jetzt mal vier eisenerz drin und dann was anderes ähm wir gucken noch mal moment eisenerz wald der tapferkeit war das andere na gut da hatten wir jetzt nicht viel gefunden ne also das letzte mal da waren hatten wir glaube ich zwei ecken gefunden oder haben wir dann aufgehört weil wir genug eisenbarren hatten ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher so ich hoffe dass jetzt keine quest kommt wo ich sehr schön blaue bären wir sammeln natürlich dann noch punkte nebenbei ähm dass jetzt keine quest kommt wo ich jetzt noch mal irgendwie was pflücken muss gerade speziell hier aus dem wald also da geht es runter war nicht hier oben beim christoph was ja genau links ist was guck mal hier rechts auch noch mal da ist nichts boah jetzt lauf doch einfach mal boah diese ganzen stolpersteine überall ne ich würde hier am liebsten einfach löschen ich weiß nicht ob das geht wenn man diese kleinen dinger löscht also irgendwie raus nimmt dann ins inventar oder sowas mehr als das sehe ich jetzt spontan aber auch nicht jetzt komme ich da nicht hin ah ne das ist nur ein baumstumpf doch da hinten war da noch was genau es ist schön dass die sachen jetzt wieder da sind das problem ist halt eben dass wir dadurch garantiert nicht genug finden werden und ich es jetzt aber auch ehrlich gesagt sehr schade finde weil ich muss nämlich gleich los und ich wollte eigentlich vorher die folge noch beendet haben aber wenn man natürlich so viele eisenbarren machen müssen ich meine hallo das geht ja gar nicht 16 eisenbarren 16 eisenerz das heißt wenn wir zwei noch finden sollten könnten wir theoretisch noch dritten barren machen einen dritten barren von 10 das ist wirklich abartig wenig hm aber hier scheint noch nichts mehr zu sein das ist das ist richtig richtig blöd gemacht da bin ich ganz ehrlich ich meine ganz ehrlich wir haben eben mit mühe und not noch also beziehungsweise in der letzten folge glaube ich fast mit mühe und not gerade mal so die eisenbarren hinbekommen und jetzt müssen wir so wahnsinnig viele haben wir brauchen 60 von diesen dingern springen doch nicht immer um vier können wir schon mal machen achso kohle brauchen wir auch ach genau aber das ist jetzt halt das kleinste problem sag ich mal äh finde muscheln im vajanas reich das könnten wir noch kurz machen mhm vajana da können wir jetzt diese muscheln hier machen nein wieder nicht ist ja mal die frage welche muscheln soll ich denn da finden weil es sind ja sehr viele muscheln hier aber keine von denen kann ich aufheben damit fängt es dann ja schon mal an aber sie hat definitiv gesagt ich soll die hier in dem bereich finden wo wir uns kennengelernt haben also ja ach das sind jetzt die roten muscheln die wir gesehen hatten ah sagt mir bitte dass dann auch drei hier zu finden sind direkt auf einmal dass ich jetzt nicht hier endlos oft wieder herkommen muss ist das eine muschel ne aber es sieht aus als ob ich jetzt die letzte hier heute nicht mehr finden würde ah doch im moment da hinten ja was jetzt wirklich viel schlimmer sind sind diese eisenbarren das ist natürlich mist also es richtig mist können jetzt noch mal in den ersten bereich ich weiß auch nicht ob sich das eventuell wieder resettet wenn man in ein anderes reich geht oh 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 bin davon ausgegangen dass das nach einer zeit erst wieder kommt und nicht wenn man woanders hingeht aber vielleicht haben wir glück und man kann das ganze ein bisschen beschleunigen indem man tatsächlich in ein anderes reich reingeht bin mir nicht sicher also ich würde sagen damit das für euch jetzt nicht so langweilig ist ich meine ihr kennt ja jetzt die stellen wo man die die das eisen eisenerz bekommt deswegen ich werde ja noch mal ein bisschen rumlaufen wird hoffentlich was mehr davon noch finden und abbauen können ach da ist wieder das kleine viech und ich schalte euch dann gleich hinzu wenn ich meine runde beendet habe und hoffentlich genug habe dass ich dann auch die restlichen sechs eisenbarren machen kann natürlich ist meine ausdauer jetzt wieder zu ende was auch sonst ne das wollte ich nicht ich wollte die essen genau also ich schalte euch dann gleich wieder hinzu bis gleich so ihr lieben ich bin insgesamt ja so zweieinhalb runden rum gelaufen und habe jetzt genug für den letzten eisenbarren und ich hoffe damit habe ich jetzt alles ja jetzt kann ich den ehrenplatz bauen ich glaube sie hatte gesagt das soll irgendwo in der nähe von meinem zuhause sein dann mache ich das mal hin ähm ich weiß ja nicht wie groß das ding ist sagen wir es mal so ähm es steht jetzt auch gar nicht hier drin äh muss ich das erst noch bauen mit den materialien oder baue den ehrenplatz ich dachte jetzt bauen im sinne von dass wir es äh tatsächlich aufstellen aber anscheinend nicht ah ja hier mit den materialien okay scheint mir jetzt aber nicht so riesig zu sein sag ich mal hoffe ich zumindest so mal schauen ne das ist ein relativ kleiner den können wir äh hier vorne zum beispiel wenn ich das ding mal gedreht bekomme hier vorne zum beispiel hinstellen so zack so so vajana was sagst du dazu ist alles bereit es gibt nur noch eine sache zu tun lege die anführerscherben auf den ehrenplatz okay stimmt die hat sie mir ja gegeben nein achso ich dachte schon die sind weg uuuu okay wow das fühlte sich wirklich wichtig an moment hast du das gesehen eine neue konstellation ist am himmel erschienen ich denke es steht für das was wir gemeinsam durchgemacht haben und für unsere vorbildfunktion das ist großartig hier ich möchte dir etwas zur feier des tages schenken ja und um für weitere abenteuer in der zukunft gewappnet zu sein yes und damit haben wir dann auch vajana vollkommen abgeschlossen und ich weiß allerdings immer noch nicht was wir jetzt hier eigentlich mit ob das jetzt irgendeinen positiven sinn macht sternkonstellation ich sehe jetzt auch nichts was im himmel ist aber wahrscheinlich hat sie das jetzt einfach nur so gesagt ich sehe aber dass da hinten irgendwelche sterne steine rumfliegen komisch okay ja aber ich bin sehr sehr begeistert dass wir dass wir das jetzt geschafft haben und dass wir vajana abgeschlossen haben und ich werde dann jetzt gleich endlich los können das ist schon mal sehr gut dass ich das auch noch zeitlich geschafft habe und ich werde dann mal schauen dass ich im hintergrund noch ein bisschen geld sammle wieder weil wir ja unheimlich viel geld wieder brauchen für die nächsten aufgaben die wir haben wir müssen unser haus noch ja miki kannst du mich mal nicht ansprechen wenn ich mich gerade hier am verabschieden bin wir müssen unser haus noch vergrößern dafür brauchen wir auch sehr sehr viel geld dann brauchen wir noch mal 10.000 waren es glaube ich um die vermutlich letzte stufe für vajana für den fischfang zu machen was mich daran erinnert dass ich da gleich noch mal vorbeischauen sollte weil es ist natürlich immer gut dass man sein lager vergrößern kann ich habe mal irgendwo ein screenshot oder sowas gesehen dass man wohl tatsächlich auch noch andere etagen im haus machen kann also da müssen wir uns mal ein bisschen mit auseinandersetzen weil wir haben ja den aufzug den wir anklicken können und wir haben draußen den teil den wir anklicken können ich bin mir jetzt nicht so sicher ich vermute entweder muss man mit dem aufzug einfach nur nach oben fahren und macht das alles über außen oder eventuell können wir auch über den aufzug noch eine andere etage einbauen lassen weil das hatte dagobert beim letzten mal ja gesagt dass er jetzt quasi bereit wäre für sehr sehr viel geld allerdings leider eine neue etage auch zu bauen oder neue etagen zu bauen zumindest neue zimmer ich weiß jetzt nicht viele etagen und vielleicht können wir die dann wieder mit dem äußeren vergrößern ich bin da noch nicht so hundertprozentig sicher aber das werden wir hoffentlich auch bald rausfinden können und wir müssen natürlich wenn ich es nicht vergesse am besten in der nächsten folge den neuen bereich also diese höhle mal erkunden um mal zu sehen was da ist entweder treffen wir da auf jemanden neuen oder wir können zumindest schon mal wieder einige sachen einsammeln die wir dann auch entsprechend wieder lagern müssen also eigentlich sollten wir erst unser Haus vergrößern das ist ja schrecklich allerdings brauche ich auch noch neue kisten wo ich überhaupt irgendwas lagern kann also das ist im moment ist es alles so ein bisschen dramatisch ja ich weiß auch nicht genau was passiert ich glaube die kisten können wir auch nicht irgendwie ins inventar nehmen weil dann wahrscheinlich der inhalt weg wäre oder so oder vielleicht überall in der gegend verstreut wäre ich bin mir nicht sicher ich würde es gerne wissen um es nicht ausprobieren zu müssen aber ich denke ich werde wohl eher auf nummer sicher gehen wird da eine neue kiste ins haus stellen wenn wir tatsächlich mal einen neuen bereich haben weil ich würde gerne einen bereich nur für die kisten machen dass wir einfach dahin gehen können zack wir klatschen die sachen da rein und gut ist natürlich ein bisschen geordnet so nach dem motto hier die edelsteine da nahrung da der ganze andere kram und dass wir dann nur noch hier draußen im endeffekt die kisten haben mit dem wir dann wirklich die samen rausholen können dass wir das direkt anpflanzen können wobei wenn ich so drüber nachdenke eigentlich müssten wir dann so eine kiste irgendwo in der nähe von goofy stellen dass wir das dann eventuell da sogar anbauen können andererseits ist es auch blödsinn weil wir ja nur die sachen die wir dann direkt wieder verkaufen bei goofy haben aber wir müssten hier auf jeden fall mal ein bisschen vergrößern dass wir hier auch entsprechend nochmal ein bisschen was anpflanzen können was wir dann vielleicht auch brauchen für die quests oder so ja lange rede kurzer sinn ich bin begeistert dass wir endlich vajana zu ende haben also nicht dass wir es endlich zu ende haben sondern dass wir es natürlich abgeschlossen haben und auch achso das könnten wir noch mal ganz kurz gucken bevor ich hier rausgehe garderobe ne ich will nichts anpassen hallo nein 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 dass wir uns das nochmal kurz angucken was wir bekommen haben das ist das hier ja das sieht bis auf die schuhe natürlich jetzt darunter das sieht doch ziemlich cool aus ich meine ich behalte ja lieber meine sachen wegen dem farmen und so aber das sieht wirklich ziemlich cool aus muss ich sagen ja dann würde ich sagen die folge ist zu ende entschuldigt bitte meine stimme ich sollte die auch im moment noch ein bisschen schonen und ich hoffe in der nächsten folge denke ich daran dass wir dann erstmal die höhle noch erkunden und ja da müssen wir mal gucken ob wir vielleicht wohl die oder so noch neu machen oder ob wir mit was anderem weitermachen ich persönlich würde auch gerne die sache mit mit der eiskönigin machen da würde ich ehrlich gesagt wohl die so ein bisschen hinten dran stellen wollen weil ich doch ein bisschen mehr versessen drauf bin die eiskönigin freizuschalten deswegen aber wir gucken uns auf jeden fall erstmal die höhle an wenn ich es nicht vergessen sollte bis zur nächsten folge ciao